Und wieder sitzen wir hier, wie sonst irgendwie auch jede zweite Folge, ne? Also, ich weiß nicht, irgendwie geht das immer gleich los, wenn ich in den Haushalt hier komme. Aber, ja, ist schon interessant, ne? Und, genau, jetzt müsste ja Julia schwanger sein. Das hatten wir ja letztes Mal hier veranlasst. Warum kommt die immer genau, wenn ich hier anfange? Irgendwie stört die mich übel, ne? Übergeben, oh, sie ist schwanger, okay. Ja, gut, dann wissen wir schon mal Bescheid, ne? Und, äh, ja, genau. So, dann muss es jetzt auch, muss es säubern? Ja, doch, das stinkt jetzt, oh Mann. Ist eigentlich auch komisch, ne? Geht da immer so viel daneben, weil eigentlich müsste das doch mit Spülen auch gehen. Naja, keine Ahnung, ne? Äh, wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Jedenfalls, äh, was haben wir hier? Warum kommt ihr einfach her zum Kochen? Kocht ihr wenigstens für die Kinder? Oh, guck mal, hier, Fischen. Alter, ich könnte auch mal angeln gehen. Das habe ich eigentlich früher in Sims auch immer, äh, ganz gut gefunden, ne? Ja, letzte Folge ging es ja darum, was ich früher gern gemacht habe in Sims, ne? Und, ja, ich würde sagen, ich gehe mal angeln hier. Das Schwied kann ja mal eine Forelle holen, ne? Was macht er überhaupt gerade? Was war denn das? Wahrscheinlich hat er wieder irgendwelche, äh, Lambos sich gekauft und Porsches, ne? Äh, sah nämlich so aus, als wäre er wieder auf Amazon unterwegs. Vielleicht hat er auch einfach nur Klopapier gehamstert, ne? Wer weiß. Und, ja, so, wir gucken mal hier oben zu den Kindern, ne? Haben die wohl was gelernt? Sieht so aus, ne? Der hat gerade irgendwie hier Plus gemacht bei, äh, irgend so einem Ding hier. Aber, da weiß ich jetzt nicht, wie das zustande gekommen ist, wenn er hier einfach nur rumsteht. Naja. Ähm, kann er den herbeirufen? Pff, lol. Okay, und die sollen sich bewegen, ne? Hä? Warum ist er wütend? Hä? Weil er, weil er hier müde, müde ist. Oh. Wegen niedriger Energie. Oder, wieso wird er da wütend, Alter? Was soll denn das sein? Pff, jetzt ist er glücklich. Na, dann ist schön, ne? Aber können die sich hier gegenseitig, äh, unterhalten? Und dann, äh, haben die mehr Aufmerksamkeit? Oder geht das nur, ah, ne, doch, guck, das geht so gut. Ich dachte, das geht nur durch, äh, Erwachsene da. Ne? Pff. Okay. Leute, verbessern die sich ja auch ihre Fähigkeiten. Ah, guck mal hier. Street der Angler. Ja, da geht's doch voran hier, ne? So. Machen wir mal hier einen Screenshot. Ne? Pff. Genau, das passt doch. Das ist ein schöner Screenshot. Obwohl, wenn noch mehr Fische draußen gewesen wären, wäre es schön. Aber man kriegt auch nicht alles hin. Dann müsste ich hier höchstens erst mal eine Pause machen, ne? Ne? Ich weiß nicht, ne? Gibt's immer so krasse Fische hier. Und, äh, naja, mal gucken. Lassen wir ihn mal machen. Also ich mach jetzt nicht noch einen Screenshot. Das muss reichen erst mal. Und, ja. So, die sollen auf jeden Fall viel rumlaufen, ne? Die Kinder. Und ja, wir brauchen im anderen Haushalt auch bald mal Kinder irgendwie, ne? Denn, äh, ja. Die hier sind ein bisschen... Also, irgendwie macht das immer Bock, so, äh, denen was beizubringen und so. Ne? Diese ganzen Fähigkeiten generell. Und, ja. Mal schauen, ne? Äh, wann in einem anderen Haushalt Kinder auftreten. Jetzt kriegt man hier erst mal noch eins. Und ja, wie alt sind die überhaupt? Werden die bald älter? Ich weiß gar nicht. Neugierig? Wo steht denn das? Ob die älter werden? Steht das nicht in Simulogie? Wo ist denn das alles? Ah, hier. Freunde. Ah, nee. Da kann man es nur noch mal sortieren. Kollegen. Was steht denn da? Okay. Was ist das denn? Action-Figur. Wieso hat er die? Warte mal. Spielzeug zeigen. Ah, lol. Hä? Wieso, wieso will er jetzt? Lukas, hä? Der ist doch gar nicht hier, oder? Wieso kann er es nicht dem anderen da zeigen? Hm. Keine Ahnung, ne? Was die hier machen. Jedenfalls soll der eine mal wieder, äh, seine Fantasien so, äh, hochtreiben. Ne? Da kann er mal aufs Klo gehen hier. Ah, nee. Geht nicht. Shit. Da muss er wieder hier... Äh, ja, genau. Die soll das mal machen, da. So. Okay, und... Wieso macht die es nicht? Achso, die macht das von da unten aus, so Ferndiagnose oder was. Ja. Genau. Das ist doch auch gut. So, Julia kann ja auch mal was kochen. Ich weiß gar nicht, wie da ihre Fähigkeit ist. Äh, Caterer? Lol. Ne, sie soll irgendwas kochen. Zum Beispiel hier... Ähm... Keine Ahnung. Schokoladenkekse, ne? Ja. Einfach mal so. Ich mein, was fällt einem sonst 22.30 Uhr ein? An einem Donnerstag. Lol, so geht er die Treppe runter. Hä? Ach, der soll ja viel rumlaufen, ne? Weil dadurch wird die Bewegungsfähigkeit gestärkt, ne? Ah, früher konnte er gar nicht die Treppe laufen. Jetzt geht's immerhin schon. Aber ich glaub auch nur runter. Ich guck mal nach den Fähigkeiten. Leute, jetzt war ich viel zu lange inaktiv. Also hab ich jetzt viel zu lange nicht geredet. Gefühlt. Sorry dafür. Vielleicht hab ich's rausgeschnitten. Ähm... Bewegung. Ah, guck mal. Da haben wir jetzt nämlich schon Level 2. Das ist ganz gut, ne? Ähm... Mit der Bewegungsfähigkeit können schneller gehen, laufen, Treppen steigen, tanzen. Okay. Können sich verbessern, indem sie herumgehen, mit Stapelblöcken bauen. Hä? Mit Stapelblöcken geht auch? Warte mal. Wenn die tanzen, ne? Da brauchen wir bestimmt ein Radio. Äh, nee. Nicht das, sondern hier den Baumodus. Gibt's sowas überhaupt hier in der Radio? Oder ist das hier schon wieder zu oldschool? Ach, ich glaub nicht. Das Spiel ist von 2014. Das muss es doch geben. Gucken wir mal hier im... Nee, wo steht ein Radio normalerweise? Im Wohnzimmer oder in der Küche? Ah, nee. Hier, ne? Weil eigentlich kenn ich's auch aus der Küche. Ja, der Haushalt hat viel zu wenig Geld, Alter. Was soll denn das hier? Ähm... Nee, das ist der Falsche. So, erst mal hier ein bisschen Geld beschaffen, ne? Das gibt's ja gar nicht hier. Ähm... Genau, komm. Wir stellen das jetzt in die Küche. Weil da ist grad Platz, ne? Ich hab hier keinen Tisch. Natürlich könnte ich jetzt hier die Pipette nehmen. Ich weiß nicht, ob man das auf so einen Tisch stellen kann. Aber müsste ja eigentlich gehen, ne? Wenn jetzt hier das Radio... Ja, das passt doch, ne? Das ist doch geil. So, ah, den Tisch stell ich mal da hin. Alter, da ist er irgendwie chilliger. So, und jetzt geht mal die Musik wieder weg. Ja, okay. Ja, dann können wir mal hier zuhören. Ähm... Pop, ne? Genau, das passt doch. Dann können wir safe nebenbei was essen. Portionen nehmen für. Ah, guck mal hier. Ja, da bringen wir oben mal Essen hin. So ein Keks. Und? Wie sieht das jetzt aus? Ah, so ein Keks. Ja, geil. Äh, der ist ziemlich groß, ne? Sieht aus wie so ein Kuchen irgendwie. Naja. So, in Street immer noch am Angeln. Ne, da steht er einfach nur. Wieso geht er da nicht heim? Leute, dem ist unwohl. Das ist nicht gut. Gut. Ah, guck dir das an. Hr. Und jetzt? Ist das jetzt? Ah, gut. Der frisst das. Hr. Der nimmt sich einen halben Keks von dem Ganzen. Und da steht aber trotzdem noch ein ganzer. Naja, egal. Hr. So, ähm, genau. Aber das ist doch schon mal ganz gut hier, oder? Die Folge. Na, obwohl. Wir haben eigentlich nicht viel geschafft, ne? Obwohl hier Fantasie ist schon Level 4, alter. Ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? So, vielleicht kann er einfach mal hier hingehen. Ich weiß nicht, ob er das schafft. Der ist ja gerade irgendwie Energie geladen. Obwohl er, äh, relativ hier müde war, ne? Genau. Aber trotzdem geht er mal da unten hin, denn da steht noch ein Kuchen oder so, ne? Mal sehen, ob er es schafft, da hinzulaufen. Irgendwie gerade nicht. Hä? Wieso schafft er das nicht? Weil er zu wenig Aufmerksamkeit hat, oder was? Hä? Was ist denn jetzt? Na, geht das jetzt oder nicht? Hä, der hat es doch vorhin auch geschafft, die Treppe runter zu gehen. Hä? Wahrscheinlich hat er jetzt schon wieder gar keinen Bock mehr, weil er die ganze Zeit hochgenommen wird, ey. Ja. Bedürfnisse. Irgendwas steigt hier anscheinend. Ach, keine Ahnung, ey. Ich blick gerade schon wieder gar nicht mehr durch, ne? Ähm. Ja. Das ist doch geil. So, was ist jetzt mit ihm? Der schläft hier. Hä, was macht er denn nur? Was soll denn das? Ist er jetzt verbuggt, oder was? Ach komm, lass es einfach, ey. Das ist doch dumm. Also, ich verstehe das schon wieder gar nicht, ne? Da musst du hier ein bisschen rumlaufen. Was sind denn jetzt die Fähigkeiten, Alter? Ich finde gerade gar nichts mehr. So, Bewegung Level 1. Wahrscheinlich kann er deswegen noch nicht. Die Treppen runter. Der andere ist nämlich schon Level 2. Ja, gut. Das macht Sinn. So. Genau, da gehen wir dann mal... Oh. Da gehen wir mal hier überall hin. Wir müssen eigentlich die ganze Zeit so hier den hin und her laufen lassen, ne? So. Wenn er drüben ist, wird er hierher. Ne? Ja, genau. So, nur so wird's was. Naja, geht nicht anders gerade. Ne? Und, ja, mal sehen, ne? Ich weiß nicht, ne? Julia ist jetzt auch wieder schwanger. Müssen wir da irgendwas beachten? Vielleicht irgendwas Besonderes essen? Aktion? Ne. Keine Ahnung, ne? Aber ich brauche wieder einen Screenshot. Den für letzte Folge habe ich schon gemacht. Naja. Mal gucken, wie der für heute aussieht. Ne? Ich kann ja mal hier den rumlaufen lassen. Aber das mache ich gleich offscreen. Ah, ne, wir haben ja schon einen mit Street. Gut, dann war's das jetzt. Und tschüss.